Die 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 See you tonight 30 Kilo Tomorrow Tomorrow Die Box dazu, die Hülle habe ich gekauft Mein letztes Telefon fiel mir ja ins Wasser wie mir mein Knie verletzt habe Das war der Vorgänger von dem, das hat da fast über 1000 Euro gekostet Wahnsinn was so was heute kostet Ja Das gibt's auch billiger, aber das ist nicht so gut Ja ja klar Der gehört aber jetzt nicht zu uns oder der da draußen schwimmt Sind wir alle da? Haben wir durchgezählt? Okay Na der Doch die Doch die Da kann man da schneiden und der weg Hör die Jungs So hart ist er nicht Wenn er abrutscht hast du keinen Kopf mehr Das wäre scheiße Für den Kopf oder für wen? Für den Anker Der Hör die Hör die Hör die Hör die Erziehung auf, Erziehung auf, den lese ich. Ich schreit, ich steckst die Wände drunter. Da vorne ist besser, schau, wenn du da rechts hingehst. Nee, aber rechts ist besser. Oder auf der anderen Seite. Ja, nee, aber es ist gut. Aber hier musst du auch, wenn du gehst, geht da drin, weil da drin wirklich nicht die Steine sind. Hier sind Steine, kannst du ja die Knochen aufmachen. Das sieht man ja schon, schau. Wenn du aufpasst, dann passiert ja nichts. Aber da vorne ist besser, wo die... Die Mutter schreit, die Tochter schreit, alle schreien. Die Welt geht runter. Nein, nein. Okay, nein. Wiener Rundfunk festhalten wenn er reinkommt selina helft mal die kinder nicht an der schnur festhalten vorsicht vorsicht geht runter immer weniger hand geben immer festhalten am boot die beiden sind nicht mehr so fit ich meine die sind schon noch fit aber vorsicht vorsicht das ist genau das was saugfährlich ist da muss man aufpassen vorsicht geh mal weg bis es näher dran ist jetzt selina komm ok vorsicht vorsicht so back on board holt euch mal ein bier ja oder 10 ok Wo ist Lukas Bechel? Lukas Bechel, der stand da. Der steht immer noch da. Der steht da runter. Für die Jungs ist das Kapo drin, die sind das gewohnt. Das ist schon gefährlich, wie wir es gerade haben im Boot. Weil die Wucht vom Boot... Mich hat ja auch die Boje platt gemacht. Echt? Na ja, an so einem Strand... Das war am nächsten Strand. Da kam eine Boje und auf einmal eine Welle. Da habe ich nicht damit gerechnet. Es war eine ganz ruhige See. Und hat mir voll ans Knie geknallt. Sechser im Lotto. Sechser im Lotto wäre mir allerdings lieber gewesen. Ich würde ganz gerne irgendwo mal hin, wo ich... ... und was? Das war ein bisschen. Ich würde ganz gerne mit sagen... ... und ansероames Wissenshofer. Läu da Schnell, schnell! Ne, die Deutschen machen doch da nichts. So geht es ja eigentlich um die Ausbruch mehr. Was darf man eigentlich? Darf man wohl schon mitnehmen? Ja, aber du bist ja größer. Wenn du so ein Ding mitnimmst, gehst du vor Gericht. Wirklich? Die sind doof. Die Deutschen? Ja. Aber in Deutsch? Wir haben von Kuba, glaube ich, zwei Kilo Kuchen mitgenommen. Ihr habt aber Glück gehabt. Da gehst du vor Gericht. Kuba kriegst du ja sogar noch Geld, wenn du die Muscheln mitbringst. Zählen nicht solche Sachen. Du verängstigst ja die ganzen Leute. Bring lieber ein Bier. Ja, die drei sind noch mal geschickt. Ja. 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 Da kommt er gar nicht nach. Dann wird es schon immer schwierig. Hier hast du natürlich einen geilen Sonnenuntergang, wenn das Wetter passt. Das große Insel. Ja, das da, von da bis da. Ja, aber es ist alles verbunden. Und da vorne ist schon das Festland. Papa! Papa! Na ja, warst du nicht. Ich mache nichts. Weiche Fische. Bitte? Warte, 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 gib ihm erst die Tasche. Warte, festhalten, er hilft dir. Bitte, Chef. Wie kommst du da rüber? Ja, das geht schon irgendwie. Irgendwie, ich springe, oder? Ja. Aufpassen, ne? Der hilft euch. Ja. Schau dir. Irgendwie, komm. Ja. Oberneder. Oh, Mann. Oh, gut. Den Schnaps aus deinem Becher habe ich ausgetrunken, gell? Alles passt nicht, oder? Deine Schuhe haben wir auch dabei. Ach so, ja. Na gut, dann stellt sie mal da her. Sollen wir den Becher nehmen wir jetzt mit? Den nimmt er mit, den könnt ihr ja behalten. Ach so, das ist deiner. Ach so, das ist meiner. Aber wir behalten den jetzt auch. Warte mal, warte mal, gib ihm erst einmal die Handtücher. Ach so, Handtücher? Ja, ja, nicht, dass sie da noch... Bist du ja schwer bepackt hier. Das ist ein altes Spiel, was da läuft. Also ich hätte es nicht gemerkt. Ja, was kommt danach? Ja, um zwei Uhr nachts. Ja, um zwei Uhr nachts. Ja, das ist das. Man könnte ja einen Fernseher da draußen, da könnte man es laufen lassen. Aber ich habe das... Die meisten nicken danach ein. Es ist halt einfache Zeit, wo es dann... Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal. Super, danke! Super! Give me five! Yeah! Ja! Vielen Dank.